Elektro-Borne-Wasser. Licht, Kraft, Industrieanlagen. Ihr Energieeffizienz-Fachbetrieb für moderne Elektrotechnik. Prost-Comedy, die dritte heute Abend im Remscher der Bräuen. Ich habe den Marc bei mir. Marc, wie zufrieden seid ihr? Sehr. Also wir sind richtig zufrieden. Wieder volles Haus ausverkauft. Super Künstler wieder dabei. Also tolle Stimmung. Wieder alles super. Und wenn man das sieht, ich hatte Baran letztens das schon gefragt. Es etabliert sich, ne? Prost-Comedy? Genau. Also es sind wieder viele dabei, die bei den letzten Veranstaltungen auch mit dabei waren. Viele bekannte Gesichter. Also so langsam etabliert sich das, ja. Musst du dich mehr ums Bier kümmern und zapfen oder kannst du auch ein bisschen mal reingucken und zuhören? Also es ist ja so bei der Veranstaltung, dass du halt im Vorfeld vor der Veranstaltung viel zapfen musst und viel machen musst und in der Pause dann nochmal. Aber zwischendrin hat man schon mal die Chance reinzugucken. Ja, dann Dankeschön. Hört sich gut an, ne? Erfolg. Also es wird es im nächsten Jahr dann wieder geben. Und wir haben mit allen vier Künstlern sprechen können und das kann man sich bei RS1 TV in der kommenden Woche in Ruhe dann anschauen.